Hallo! Ich muss mal langsam los, es steht hier leider da. Nein, da steht's hier noch. Und hier sind wir hier. Schauen wir hier noch an dieser Papalke-Santa an. Da steht es. Und unser alter Freund, das ist ganz klar. Wir sehen uns das erste Mal. Oh, ich beziehe alle. Wir sehen uns das erste Mal. Wir können auf der Kamera dann auch in Wirklichkeit. Walk, walk, walk! Okay. Das ist perfekt. Gut! So. Tut mir leid für diese kurze schlechte Aufnahme. Denn gerade musste ich noch was hier in meine Tasche. Ich wünsche, wir können jetzt zwar eine DVD. Da ist unser berüchtigter Müllhausen. Hallo! Jetzt gehen wir dann erst mal vorzumachen, ich sag. Die ist leider nicht mehr hier vorne. Hausen tut. Oder tut sie eigentlich nicht. Aber sie ist ja nicht mehr so viel anwesend. Aber Gott sei Dank eine gute Begleitung da. Eine gute Begleitung habe ich heute. Oder vergessen auch schon, weil es geht. Wir haben jetzt mal 11.10 Uhr. Sie sind Tita mit Tita mit Marisa. Hallo! Hallo! Wie ist Tita? Hi! Hi! Hi Joe! Hi Joe! Okay. Wir müssen ja weiter. Es ist wichtig. Hi! Hallo! Hallo! Und da müssen wir mal schauen. Da wird gerade hier was karten. Hi! Chicken! Sehen wir mal hier. Hallo! Hallo! Das erinnert uns ja auch gar nicht. Da wurde jeder gesagt, weil bei uns jetzt hat man sich aufmerksam, aber man muss natürlich auch kasten. Also ist ganz gut. Das ist ja ein ganzes Leben von Lenneput. Der der Tate sagt. Hey, Freunde! Hallo! Wie geht's? Hi! Ja. Sie, ich kann jetzt nicht filmen und reiten mit denen reiten. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht ganz so einfach und das kenne ich noch irgendwo her, aber das ist doch kein nicht der, den ich jetzt mache. Dieser Perfektor ist ganz schön weit. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. Ja. Ja. Wir werden jetzt den ganzen Weg aber immer gehen, weil diese Aufnahmen haben wir ja noch nicht, wie gesagt. Deswegen mal eine neue Erfahrung, die wir jetzt hier machen. Wir werden immer den ganzen Weg gehen und dann in der Schule filmen. Das ist natürlich der Streit, mein Gott. Diese Aufnahme. Da sind wir schon bei Schulkinder, wir kennen sie nicht. Oh, diesen Chip nicht kennen wir doch. Das ist doch unser, oder nicht meiner, sondern der der Familie gewesen. Der wird auch wieder verbraucht. Wenn es der überhaupt ist, dann denkt man schon. Wir wollen mal auf Figur. Ja, auf die Fröcke. Das ist ja schon. Auf die Fröcke. Da fließt der, der abgift zum Beispiel. Ich möchte nicht mit Eltern sagen. Das ist meine, aber ich kann nicht mehr sagen. Hey, mein Freund. Hey. Hey. Where are you going, mein Freund? School. You're going in school? Ja. Okay, get me out. Hey, thank you. Hey, thank you. Hey, thank you. Hey, da waren wir schon, ey. Jetzt hab ich in der Hand drei Atomentbeer hier, das ist der, meiner Freunde von mir. Hier ein Escorde, sozusagen. Da hat mir unser Pissech vorne. Wir können dann leicht in die Schule gehen, aber davor müssen wir erst natürlich. Das ist ganz klar, oder ein FC. Was ist ganz da hier? Wie war man hier bekannt? So, jetzt kommen wir mal hier rein, da können wir nicht kommen. Unser Pisseck, das ist... Ach, genau. Das ist wirklich eine schöne Reportage. Ah, ich muss schnell. Ja, das ist jetzt. Das ist gleich die Schule, da gib ich wieder rein. Es kann sein, dass die Aufnahmen ein bisschen verraten sind. Denn ich muss ja auch auf Milo, aber es kann ja nicht nur ein paar Mal fahren. Da ist mein See. Da muss ich jetzt eigentlich nicht so viel durchsteigen. Hoi! Wir machen erst einmal. Okay. Okay! We can go! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Welcome to the Philippines! Bye! We come to the Philippines! Welcome! Wichtig! Wow, wow, wow! Wahnsinn, es haben wir erst 11 Uhr und schon die auf der Straße neigt sich hier. Aber kommt einer hier, Zuckerwatte. Ein E-KW, der man hier einpacken muss, hoffe ich auch gut. Er wird aber gelotst, er wird gelotst. Wir müssen ein bisschen warten, da kann man nicht durch. Ich bin schon durch, aber die Luft ist, die ist echt nicht. Er sagt Halleluja, nein, Sus Maria Josef, sage ich, Sus Maria Josef. Wir haben schon 10 Minuten, das ist, wie gesagt, ein besonderes Extra. Gleich sind wir da, nicht mehr lange, das kann ich auch schon versprechen. Die Rückweg werde ich nicht filmen, erst wenn wir in der Schule sind. Day, da kommt ein schöner, ein kleiner Fluss. Und der kleine Hund und die kleine Katze freuen sich wegen des schönen Wetters. Des schönen Wetters freuen sich. Und da sehen wir eben den wunderschenden Fluss, da wo manche hier immer so reingehen. Ich glaube, jetzt schon mal. Und dann mal jetzt gelauschen, Mutter. Das ist Schulzeit, deswegen werden hier die Kinder, die jetzt zur Schule gehen. Mit Begleitung lachen. Und wir sind einfach mal vor Ort dabei. Gucken wir mal die linke Seite, nein, die rechte Seite ist da interessant. Ganz klar, gleich sind wir da. Aber das musste auch mal sein. Im Perfekt würde ich noch später irgendwann mal besser filmen, intensiver in die Gassen hineingehen. Aber das ist jetzt nicht heute die Aufgabe. Nein, heute ist es die Aufgabe, den Weg zum Haus zu finden und zu filmen. Und anschließend zur Schule zu gehen. Und da sind wir schon fast da und die Gasse sieht fast danach aus, als wären wir jetzt bei uns wieder. Nein, es ist aber nicht so. Ich habe es schon mal gesagt. Hallo. 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 Wait, Paul. Ich bin kurz d société. Ich bin kurzix und so kurz in dieARE, die Zeit kommen. Auch wenn es vorbei Carol ist. Eik Ah, genau, da. somm.